Pater Rabanus Petri beim Einsingen. Wir erleben gerade die letzten Vorbereitungen des 10. Konzerts in Altötting, dem Höhepunkt der Tournee. In der Basilika St. Anna werden 800 Besucher erwartet und sie ist damit, wie bei allen Konzerten der Priester, bis auf den letzten Platz ausverkauft. Pater Rabanus Petri beim Einsingen. Die Idee, katholische Boygroups zu gründen, stammt direkt aus dem Vatikan. Bereits seit 2007 erweist sich dieses Konzept in Frankreich und Irland als erfolgreich. Die Musikmischung aus Barock, Klassik und Pop in Verbindung mit authentischen Klostergeschichten trifft den richtigen Nerv. Viermal die Woche stehe ich um 4.20 Uhr auf. Und dreimal können wir ausschlafen. Da stehen wir erst um 5.20 Uhr auf. Viermal die Woche stehe ich um 4.20 Uhr auf. Viermal die Woche stehe ich um 4.20 Uhr auf. Wir schlafen sicher bis zum Morgen, ob Menschen noch so grausam sind. O Jungfrau, sie des Kindes sagen, O Mutter, hör ein bittendes Kind. Ave Maria. Wir haben das nebenberuflich aufgenommen, das Singen. Und es kostet uns aber doch eine ganze Stange Zeit und wir spüren auch immer wieder das Ringenden, wann können wir uns miteinander zusammenfinden. Das ist immer eine Herausforderung, weil jeder von uns in einer verantwortlichen Aufgabe steht und damit auch terminlich immer gebunden ist. Andreas Schätzle ist Programmdirektor des christlichen Senders Radio Maria in Österreich. Pater Vienney leitet das Klosterinternat in Sankt Ottilien. Pater Rabanos selbst ist ab des Klosters Schweiglberg in Vilshofen an der Donau. Pater 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 Vilshofen an der Donau. Vielen Dank. Alle drei musizierten vor ihrer gemeinsamen Karriere als die drei Tenöre durchaus in kirchlich-traditioneller Weise. Orgel, Tuba und Gregorianische Chöre. Warum denn jetzt diese Musik? Ich möchte die Orgelmusik nicht wissen. Aber es gibt doch verschiedene Wege und Möglichkeiten, zu den Menschen hinzukommen. Es spricht bestimmte Leute an. Es gibt natürlich auch kritische Stimmen, die aufstehen. Das darf aber auch sein. Also wir erwarten ja nicht, dass alle sagen, das ist wunderbar. Und ich denke, mit dieser CD erreichen wir auch viele Menschen, die vielleicht die Orgelmusik in der Kirche nicht hören, weil sie nicht zur Kirche gehen. Musik 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 Und das gehört jetzt zur Pflicht, die Autogrammstunde. Musik Ach, da gewöhnt man sich dran. Das ist schön, wenn die Menschen danach fragen. Man muss nur demütig bleiben. Möchten Sie auch eins? Danke, gerne. Gegen mögliches Darallüren gibt es ein gutes Gegenmittel. Musik Wenn man sich da vorbereitet zum Sakrament der Beichte, dann wird man auch wieder bescheiden, weil man ja nicht nur lichtvolle Seiten hat und nicht nur im Rampenlicht steht, sondern eben auch Schattenseiten hat. Also ich bin, glaube ich, sehr bodenständig geblieben dabei und meine Mitbrüder auch. Musik Abt Rabanus schrieb auf seiner Homepage, Musik ist das Öl, das das Feuer der Hoffnung am Leben erhält. Musik Die Sehnsucht nach Spiritualität, die, glaube ich, ist in ganz vielen Menschen da. Und das ist uns auch sehr deutlich geworden durch die Post, die wir erhalten haben. Und nicht nur von jungen Leuten, sondern auch von älteren und alten Leuten, die sich bedankt haben. Eine Frau schrieb zum Beispiel, für mich ist ihre CD das Morgen- und Abendgebet. Ich fange an zu beten, wenn ich ihre Musik höre. Und ich glaube, sagen zu dürfen, dass wir sehr froh darüber sind, dass Menschen auch zu Gott finden mit dieser Musik. Musik Es hat gut gefallen und war eigentlich überraschend. Ich habe mir eigentlich nichts vorstellen können vorher. So kennt man es eigentlich nicht. Aber schön. Es war ein bombastisches Konzert. Eingeladen von meiner Freundin. Zum Geburtstag. War toll. Das macht was. Und ich glaube, das spürt man so durch. Also das ist diese Freude an Gott. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020